Hallo und Herzlich Willkommen zu Let's Play Together Minecraft Ähm, ja, Hunger Games, Minecraft Hunger Games Mit mir und dem Dominik Yes, 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 yes Oh, und da müssen wir euch gleich Erstmal, 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 drei, zwei, eins Noll, ja, stimmt, ich erstmal nicht, ist klar Ja, ist klar, wegen scheiß Serverlecker Nice, ich hab richtig viel Erfahrungsfläschchen Ja, ich auch Nein, natürlich nicht, wegen scheiß Serverlecker Ist klar, ganz im Ernst, ey, ist klar Wo bist du? Alter, ey, weißt du, ich hatte zwölf Pfeile Äh, ne Lederkappe Eisenstiefel, glaube ich Aber nein, natürlich nicht, weil scheiß Serverlecker Und dann ist wieder alles sofort weg Ist klar, Bitches Und Holschwert hatte ich auch Bist du tot? Nein Ach, zum Glück, wo bist du? Alter, ey Wo bist du, verdammt Ja, komm, Leute Ich war getötet, du kleines Du kleines Wohlenkind Fick dich Alter, ich hasse, wenn mir Leute gleich am Anfang hinterherrennen, ey Ja, oder wenn sie einschlagen Das ist mega zu kotzen Wo bist du? Da Er will mich töten Bist du das? Nein, ich bin doch hier Er hat ein Schwert oder so? Ja, er schlägt mich Zweifel schaffen wir den Komm Der hat ne Axt Egal, zweifel schaffen wir den Sorry Der hat nicht mehr viel Leben Fick ihn, fick ihn Der hat noch 14 live Ah Okay, ich hab meine Alten Ich hab jetzt mein Schwert Ja, jetzt geht er auf mich Ist klar Ich hab noch Leben Ja, er ist tot Ja, er ist tot, Mann Ja, nice Hast du irgendwas? Ja, ich hab richtig geile Sachen Ähm, einmal hab ich hier ne Kappe für dich Dann, brauchst du den Bogen? Nee, ich bin ja Archer Ja, hier, dann Pfeile Da kommt einer, pass auf Ich hab, komm noch neben Hast du ne Waffe? Nee Okay, hier Ja, kriegst du die beiden Ja, ich hab gestorben Die wurden ex Exes Und ich hab zwei Erfahrungsfaschen, komm mal her Ich hatte auch eins, aber nö Serverleck und so So Nice Oh, Fisch und drei Fahrer, das Fisch Alles klar, wir gehen mal hin Oh, da liegen Sachen Ja, das kann einer gestorben, hab ich doch gesagt Feuerschutz 3, ich hab so nen geilen Helm Lol Feuerschutz Ja, gib mir den alten Ja Hier, und ich hab ne geiles Chestplate Grün gefärbt Kriegst du die Ja Und ne Angel Nice So, wo gehen wir hin? Wow, ach so, das bist du Geh lang Oh, Speedboost ist weg Echt? Ja, aber wir auch Oh, ich hab richtig geil Ich bin grad richtig geil ausgestattet, ey Wir sind grad auf dem Aufnehmen, ey Voll verplant Lol Der Anfang war mal richtig epic Ach, übrigens, Leute Was ich euch leider mitteilen muss Ich kann in nächster Zeit Gar nix hochladen Da mein Renderprogramm Marsch ist Am Uaisch Am Ash Rash Und, äh, ja, also ich hab noch eineinhalb Stunden Minecraft Ich weiß nicht, ob Leon das irgendwie übernehmen kann Werden wir noch gucken Das ich das dann hochladen Ja, und, ja, mal zu gucken Und, ähm Was wollt ich denn noch sagen? Irgendwas soll ich noch sagen? Lol, egal Scheiß drauf Ja, das ist halt sehr tragisch Aber Ach, ich bin mega froh, endlich wieder aufzunehmen Ja, und es heißt Ja Ja Wir haben gerne, auch Dominik, das müssen wir mal erzählen Gestern unsere Runde Ne, vorgestern Du gegebenen Anlass Was? Das ist ne Truhe Ja, und? Äh, da ist ein Typ, da ist ein Typ, pass auf! Zwei Diese Team Die schaffen wir nicht Die schaffen wir nicht Ich hab Bogen, Junge Trotzdem, die schaffen wir nicht Doch, die schaffen wir Ich bin tot Ab, du wirst tot Scheiße! Scheiße, Mann Scheiße, die kick mich von hinten Die fick mich von hinten Ja, Speedboos 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 Du kannst ja zwischen erzählen von einer geilen Runde Ja, auf jeden Fall Ja, wie geht das? Wie kann ich das? Du bist im Ghost-Mode oder so Und irgendwie musst du da Oh, scheiße, ich kann fliegen Oh, jetzt ist es zu spät Egal, so hängen wir einfach noch eine Runde dran Ja, auf jeden Fall Also, H.O.B.? Hm? H.O.B.? H.O.B., was? H.O.B., ja, zurück Und dann aufstehen Ja Hab, heißt das Hab, ja Du nimmst aber noch auf, oder? Ja, klar Ja, gut Alles klar Was nehmen wir? Dann mit Drill 2-2 Mit Drill 1-1 oder 2-2? 2-2 Äh, wo ist 2-2? Da, mit Drill Ja Na toll, die ist VIP Oh, ich bin schon drin Ja, dann komm raus Ma Jetzt, ich bin drin Oh, Junge, Alter Ja, auf einmal Auf einmal hat das wieder gewechselt Bist du noch drin? Wahrscheinlich, weil ich rein und rausgegangen bin Nee Jetzt Genau in dem Moment, wo ich klicken wollte, war Ey Ah, jetzt, jetzt, jetzt Bist du drin? Ja Ja, okay Runde startet, Leute Okay Auf jeden Fall Wir wollten ja erzählen, weißt du Weißt du Ich würde schon mal eine alte Nummer hier abziehen Ähm Wir waren Wo waren wir denn? Welche Map waren das? Island, ne? Ja In Cthulhu Island Ja, Cthulhu Island Oder so Cthulhu Spaß Cthulhu, ja Okay, auswählen Night Ähm Auf jeden Fall Dann kam so eine Dann kam so eine Dann sind wir über so eine Brücke gelaufen, ja Und dann kam so eine kleine Abzweigung So, Dominik hat gerade was getrunken, ja Und hatte halt nur eine Hand frei Musste damit auf Musste Musste damit auf W drücken, ja Und auf einmal Und er so Night, scheiße, weißt du Und dann ist er runtergefallen Und richtig stylisch so auf den Block gefallen So, dass er nicht in die Schnucht reingefallen Ist Und dann hat er erstmal eine geile Kiste ausgenommen Und so Was waren da für Sachen drin? Boah, keine Ahnung Kettenhemd Ja Irgendwie Stiefel, weiß ich nicht mehr Also geile Sachen Ja, dann sind wir weiter gerannt Ja, kam eine richtig Eine richtige Schlucht Wo man auch nicht rüber konnte Über die Brücke Und dann Und dann sag ich so So, richtig so So, wir kommen mal da jetzt rüber Und Dominik so Na also auf jeden Fall Da war eine Truhe Und er so Guck mal, das ist eine Truhe Es fängt an, es fängt an So, und dann ist so Ähm Ja, warte, lass mich das machen Und dann spring ich erstmal Leute, schon wieder scheiß Föberleck, Alter Soll ich doch verarschen Oh, könnte ich gerade ausrasten, Mann Scheiß, ey Ey, ich hab dauerhaft so geile Sachen eigentlich, ey Alter Na ja, auf jeden Fall Ja, jetzt werde ich gleich am Anfang gefistet Alter, wie lame bist du denn Du kleine Huren-Schmock, Alter Auf jeden Fall Ja, da war eine Truhe Leon meint so Ja, ich bin irgendwo hingerannt Leon meint so Ähm Ja, guck mal, das ist eine Truhe, Alter Wie kommen wir jetzt ran Ich so Ja, warte mal, das mach ich So, springe los Ja, Mann Schreicht dabei Und auf einmal fall ich ganz tief runter Er fährt Da bist du Er fällt voll in die Spalte rein Ja, genau Jedenfall voll in die Spalte Erstmal Müsst ihr euch so vorstellen Ja, Mann Nein Und danach sind wir so mega abgegangen Als hätten wir gekifft oder so ein Scheiß, Alter Komm mal her, ich geb dir ne Axt Ja, ne Axt Hinter dir, hinter dir, hinter dir Komm den Fick mal, Mann Ich fissen wir, jetzt fissen wir Der hat ne Eisensiegel Der hatte gute Sachen, Mann Du hast natürlich alle Sachen bekommen Hier Ähm, hier Ja, und brauchst du noch Helm? Äh, ja Was hat die denn alles für Sachen, Alter? Ich hab gar nichts, Leute Wie? Ich hab doch die Sachen gerade hingeworfen Hä, nee Das kriegst du Und das hier kriegst du So, jetzt kriegst du noch was zu essen Hier und hier Brauchst du noch irgendwie Boden? Äh, Pfeile wären geil Ne, hab ich leider nicht, sorry Ja, Arzt da bin, aber Ne, sonst Bogen hab ich So, sonst Ähm, ja, ich würde sagen Jetzt auf Kissen suche, ne? Jo Bin ich eigentlich leiser oder so? Weil ich ja mega rumgeschrieben hab, ey Ich guck mal, das ist doch Weil ich leiser geworden bin Ne, du bist nicht leiser geworden Das kann ich dir sagen Ey, aber ganz im Ernst, das ist doch mega zum Kotzen Ey, du wirst dich doch auch aufregen Ja, Dominik hat sowieso im Moment so ein paar Probleme mit seinem PC Ja, und das stresst noch dazu, Alter Es ist einfach mega kacke gerade Hm So Du bist in Stress zu Hause und zwar Geht euch nix an So fies es auch klingt Also Leute, halt euch stattdaraus, ja Bist du Ja, ich bin, ich renne hier gerade irgendwie unendlich die Treppe hoch Hä? Kostig hier ganz oben Nice Ja, ich seh nicht Da Leiter oder was? Ja, ne, Treppe Treppe, so ne Wendeltreppe, weißt du? Die rennst du aber grad nicht hoch Du rennst ne andere hoch, nice Du mich? Ja, ich glaub ich seh nicht sogar Ich geh kein Trepp hoch, jetzt geh ich erst ne Treppe hoch Okay, dann bist du das nicht, du bist das nicht Oh, Mike Oh, jetzt wie das Speedboost Ja, ich auch Ja Ich bin hier grad irgendwie oben Ja, komm, wir treffern uns wieder unten Oh, jetzt bin ich gerade hochgekommen Ich bin, ich war fast runtergesprochen Nice, ich springe jetzt runter Oh, das ist ganz schön hoch Ja, ach nee Okay, alles cool, was cool Ey, ist Wasser, hier kann man richtig Oh, ne, doch nicht, schade Da kommen aber nicht runter Ey, ich war Sardin, da bist du ja Nein Geh erst was noch runter Achso, okay, ich auch So ein halbes Herz Schaden bekommen oben Recher Trinke Hilfe Hilfe Da drin eigentlich Komm mal her Komm mal her, ey, Oma Das wäre mal mega chillig, Alter Wir sollen aufpassen Du Egal, ne? Äh, wo gehen wir zu? Warte kurz Mein Bein juckt In der Tat Hast du irgendwas Hast du ne gute Waffe? Gute Waffe? Ich hab ne Eisenachst Also sozusagen Steinschwert Ist ja so gut wie Steinschwert Ja Wie viel macht die Angriffsschaden? Vier Okay Das holt schwer auch Okay, und? Was jetzt? Ja, ich würd sagen Wo wollen wir denn hin? Hör mal Sind wir hier lang, ja? Ja Dann lass was weg Die Map haben wir auch mal gespielt Ja, kann ich auch noch dran erinnern Die ist relativ gut Alter, ey Ich dachte, du wärst jetzt gestorben Ja, Mann! Ja, das wär's, ja, das wär's Tsch Однако Sirte Trius Hörter Tösch & Tyros Tropische Hörter Tösch & Hörter Tösch Hörter Tösch & Eisenach próboy Hann solar nombreux Humervoll Small� واß Moe Geommer da bitte bewahrt das dann die muss das ja auch vielleicht spielen könnten wäre halten Sieg oder wie er sagt es ist inhalten als das gewünscht das zu tun das mit Blöckenbohren selber ein Block spielt Konrad ist aber es ist vor das Fleisch haben Leder hatte Dings und Dings es ist es okay ganz gut ist aber was wir sind für dich ja hau raus welchen und die Zickung weil ich hab ein ich hab'n kill ich hab'n kill jetzt ich hab'n 0 es wird zehn Leute er wird so was in 15 Minuten wenn wirklich tote Hose ist in die man sich tötet ja und ist in 15 Minuten noch nichts also noch nichts entschieden ist das nicht geschlagen nein gut dann war das falsch an ich war weg dann werden wir halt in eine pvp-arena gebeamt oder zum Spawn kommt drauf an ich weiß nicht wie das bei dem Server hier geregelt ist so ich muss doch grad was essen das ist kein Jungen was kommt drauf an was isst du warte doch einfach ich meinte in Minecraft man ach so du glaubst das wohl nicht ernsthaft dass ich während der Abweite weil ich weiß wie du ein Apfel ist, Alter ne das war die Chips das war die Chips weißt du noch damals mega gay Alter oh damals das war noch Zeit das ist gar nicht so lange her Junge das ist ein Monat oder so zwei oh das ist die Weizenfarbe das ist die Weizenfarbe ne Million Weizenfarbe Alter ja wie mein Mycroft Charakter einfach mal nicht springt weil er zu gay dafür ist ich hab ne und hat wohl ne Holzachs ne Holzachs ne Holzachs ne Holzachs kannst du nix machen doch na hör mal mal los ah Leute sorry wenn das jetzt ein bisschen sehr laut ist und meine Schwester versucht mich zu provozieren ne ich bin so ein Scheiß echt ja ich kenne sie gut genug um zu wissen was wir haben ja ich bin 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 zu ich bin ja ich bin ich bin das ist ich bin ich bin ich bin ich bin Alter ich bin also dass dass meine Schwester sagt, dass sie bitte die Tür zu machen soll, weil ich gerade aufnehme. Nein, macht sie extra laut Musik an und macht schön die Tür sperrende weit offen, ey. Es regt einfach mega auf, Alter. Bist du denn jetzt ohne Scheiß? Wo bist du? Ja, ich glaube, wir fallen in die falsche Richtung gelaufen, weil ich gerade so auf Topic labere. Toll. Ich bin ohnehin bei der komischen Weizenfarm. Ja, gut, das ist eine Methode. Ja, warte, Weizenfarm, Weizenfarm. Ja, Weizenfarm. Alter, Mann, ich hasse es, wenn das ruckelt. Mann, da bist du. So, komm, ab zum Spauern, Junge. Junge. Kannst du mal auf und zurück, du Scheißding, Alter? Ich dachte, du meinst mich, ey. Less lacked. Sieben Players sind noch da. Ach, so ist gleich viel besser, Alter. Ich hatte gerade Sichtfeld auf Quake Pro. Ja, Jump'n'Rantz kann man da besser machen, aber so an sich nicht. Keine gute Idee. Ich will noch einen Kill haben, Alter. Ich will unbedingt das Roach-Kit haben. Ja, guck mal, du läufst so oben lang und ich schwimmen, oder was? Lol. Lol. Lol, lol. Ja, also, lol. Lol, 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 lol. Aber auch in echt wäre es, glaube ich, so. Also, ich wäre eher so der Bergsteiger, obwohl ich gut schwimmen kann, muss ich ehrlich sagen. Wenn das jetzt nicht allzu abgehoben klingt. Aber ich kann an sich gut schwimmen. Hab auch Totenkopf, Bitches. Fuck. Ich hab nur Seepferdchen. Ich muss auch Prankzumachen. Lol. Oh, fast tot, Alter. Ich hab damals, ich hab damals sehr viel Seepferdchen gemacht. Wie alt war ich, Alter? Ich hab noch ein Rollo. Da war ich sieben oder so. Lol, lag. Das ruckelt. Jetzt spawnen. Ich hab mit 60 Pferdchen gemacht oder so. Bin am spawnen! Wo bist du? Ja, ich bin. Ich war genau hinter dir. Bis mich jetzt jemand gerade fistet. Lol, wo bist du? Sag Bescheid. Äh, pff. Nein, Mann, Scherz. Ich fistet niemand. Ich lass niemand fisten, Alter. Ich fängelig, ich fistel. Darfst du? Nein. Hä? Neulwolle nicht, um auch was zu plädieren? Ja, klar. Nur, hier ist noch drei verrottet das Fleisch. Ja, die... Die nimmt doch keiner mit. Also, für uns ist es fast lebenswichtig. Fuck, ich will die Truhle oben haben. Mach ich verkehrt. So, ich hab jetzt drückt. Brot. 1, 2, 3, 4. Okay. Da, so. FDR, ich will angeschrieben bei Skyward soll der Scheiß. Nimm, bevor jemand anderes kommt. Da, hier. Nein, danke. Schreie doch nicht so, ey. Alter. Oh, Alter. Bisschen sehr kompetent, Alter. Ohne Spaß jetzt. Also, Leer, gehen mal kurz. Was? Bitches. Lustig. Äh, äh. Leute, hier sind noch Sachen drin. Ja, lol. Hier ist auch Fleisch drin, Junge. Und ein Steinachst. Steinachst. Neul, neul. Alter, voll geil. Was ist denn? Big Boy Pants, Wasseraffinität, sehen. Na, wo bist du denn? Achter. Neulose. Was ist besser? Ähm. Kettenhose oder diese Wasserhose? Keine Ahnung. Doi. Kettenhose ist von Rüstungsherr besser. Du schwimmst öfter also hier. Nice. Das bringt die? Du bist ja untenrum noch nackt. Affinität. Das bedeutet, man kann länger im Wasser sein, ne? Oder man kann schnell schwimmen, und so. Ich kann auch länger Wasser überleben. Oh, nein, danke. So, wo geht man, sind nur sechs Player? Ja. Zwei darunter uns, das abziehen. Ja, also, da vorne, hab ich da gesehen, ne? Ich weiß es nicht. Und ich nicht. Ne, das war die Spinnenweben. Das war gerade nachtmärkig. Nachts, wenn doch die Tour aufgefüllt, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Könnte ich mich... Oh, weiß es noch hier. Ich kann mich ganz genau daran erinnern. Obwohl, nee, stimmt. Das war mal ganz kurz, Alter. Und ich weiß es, dass ich mich gerade voll provozieren. Weil, okay, ich deckte den Rücken. So, jetzt sind. Ich hab das Gefühl, ich kenn das hier. Boah, es ist voll crazy in der Nacht, ey. Ja, irgendwie schon. Man weiß nie, ob jemand gerade hinter einem steht. Die komische Atmosphäre, ey. Zum Glück nimmst du gerade auf. Du, oh, Weizen, Goldstiefel, Lederkappe, Dings, bla bla bla. Oh, ich muss die auf einer Kiste drauf. Äh, Erfahrungsflächen, sechs Weizen und drei Fahrradwitzfleisch. Da war eine Kiste. Bist du? Ja, hinter dir. Warte, bleib stehen, bleib stehen. Ja. Was? Ach, so Eisenstiefel? Äh, ja. Bitch, Alter. Hast du noch ein Armored-Shast? Nein. Oh, wir sind noch zwei Pfeil, okay. Ähm, nach mal, nee. So, gut. So, immer noch sechs Player, also vier. Abgezogen von uns. Ach, das ist eine Steinachs, lol. Wie sieht ihn dann die Eisenachs in den Textschutz aus? Welches hast du denn? Zelda, immer noch. Oh, Zelda, ich, ja, ich hab die ganze Zeit, ähm, Spex. Spax. Spax, Pobidi. Pobidi, Pobidi, Pobidi. Pobidi, Pobidi. Hast du mich grad geschlagen? Sorry, sorry. Mit drei Herzen gemacht, alter. Sorry, Mann. Oh, was das denn da? Boah, das ist voll bedrohlich in der Nacht hier, so ein, so ein, so ein Schwimmen. Mal gucken, was... Du hast ja Wasseraffinität. Ja. Ach, nee, das ist schneller abbauen unter Wasser. Aber bringt mir nicht viel. Das hört sich was. Du musst ja nichts abbauen. Ja, ach, nee. Das ist ja, Dings. Survival Games. Toll, das ist ein Steg. Der führt hier hoch. Was mir grad dazu einfällt, mein Vater sagt immer statt Steak. Nur, dafür für den Dschungel, ey. Steg. Sagt er immer, statt Steak. Steg. 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 Steg ist fertig, Dominik. Steg ist fertig, Dominik. Ja, dann lach ich nur aus. Und dann weiter. Nein. Lol, wie nice das hier aussieht. Ich kann es nur da hoch. Ganz einfach. Na! Nö, ich. Oh mein Gott, bist du denn da unten? Weil ich komme zu dir. Das ist doch da unten. Alter. Steg. Ja, Herr Steg, ne? Oh, lai, was das denn da? Bo, nice. Lava. Wann hier los, Alter? Was hier los, ey? Wann nun los? Na, das ist Lava. Ne, echt? ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ohne Spaß Alter wie nice sieht das denn bitte aus das ist voll der Drache das ist ein Drache wo zur Hölle ist das bitte ein Drache komm mal hier hin wo ich jetzt stehe dann siehst du das was stehst du das soll ein Drache mit Flügeln sein irgendwie erkenne ich da drin nix halt hier aber auch nicht geht auch was sage ich muss mir gegen den Kämpfen der Wärme Postbälle weiße Leckes Oh nein fünf Minuten bis zum Deathmatch und den Scheiß ausgerutscht billigen Sachen Schilder sind fünf Minuten bis zum Deathmatch und ich hoffe ich gewinnt das wäre voll episch für die Aufnahme auch nicht die Aufnahme verlangt von die Aufnahme verlangt von geht dort dort ist so wichtig dass zu ändern bei der Kirche Boah ja gut ja eine Failrunde am Anfang ne aber auch mal davon abgesehen die war epic irgendwie nicht hat ja gar nichts passiert ja wie du upgrade bist so was machen wir nun irgendwie bist du jetzt vom Deathmatch alter ja ja echt ja voll kein Bock ich bin relativ auf vier Minuten gut ausgerüstet ja du bist ja gut ausgerüstet ich hab drei Pfeile und fucking Stein ja vor allem sorry Leute für den kurzen Cut das hab ich schon gesagt ja aber zehn Minuten später ja ne ich guck mir später noch ein Tutorial an alles gut ja 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 das war zwei Minuten und das heißt jetzt ich habe Angst bis Gott von Leise an den Beschlotter weil man nur stürzt ein 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 scherz also jetzt produzieren ich glaube ein Unscherz so dass du mein Schwester und ich habe nur mit kleinen Bruder die Bruder ich hasse Kinder Leute sorry aber ich hasse Kinder ey es gibt nichts Schlimmeres als Kinder verschnallt es war einfach aus ja so soll Leute für den Kleinkarten den den er ist wieder weizen wo bist du denn war ich kann für uns verloren ja du läufst du darfst du äh Doppel und scheiße ich kann grad richtig ausrasten aber wirklich ich wirklich Leute ich nur für euch halte ich mich gerade zurück Hilf es dir für nach der Aufnahme äh ohne Scheiß alter jetzt wirklich Leute das sind ganz viele Leute Dominik die stehen schon alle was man hat ja Wollen wir da mal rein und battlen Wollen wir da rein und battlen Wollen wir da rein und battlen Sneakenn hier sind nur zwei die Brain ja ist doch egal die jetzt auch Sneaken 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 die sind hier runter glaube ich wenn es hier irgendwo runter geht die sind irgendwo unter uns Leute fuck jetzt kommt es ist die auch gerade der es liegt auch um die Ecke der Bärste die Böden der Kunde da hier einmal Bogen 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 weil sie ab du bist nicht nur ne derjenige ist nicht so ich ihn ja nicht sehen sie sind am besten wenn er auf mich los der geht auf mich los soll ich solcher ja weil man da hat verzaubertes Steinschwert ja den muss man aus holen Mann dem muss man aus holen und er läuft weg vor uns lol vier Sekunden noch zu Deathmatch die Töne war noch junger nein das Deathmatch beginnt lol ich bin direkt in Lava ne doch nicht Oskar Deathmatch beginnt Domaneck wo bist du ja ich geh auf den hier gerade los aber irgendwie ja Deathmatch beginnt erst gleich fünf Sekunden oh ja jetzt geht's los pass auf, pass auf, pass auf ja es geht los ja man es läuft einfach nur ein Massaker alter das ist schlimm gerade und nein nicht mich nicht mich Junge nein bist du tot? nein ja tot warte 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 lass es voll heilen lass es voll heilen boah ich nice Sachen ey pfff warte mal ich ich hab der Mann warte bitte ähm du lass erstmal Feuer ausrüsten oh geil ähm das okay voll ausrüsten jetzt ähm ich hab nur ein Pfeil ja kannst du haben danke ähm ne brauch ich nicht lass mal ohne Fernkampf Waffen ähm ah Armour chest okay oh erstmal voll heilen ich bin voll oh Scheiße die Blöcken hinter uns alter beispiel 3 ... 2 warte 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 Steine werden langsam weniger. Feil dich. Jetzt. Fick dich. Nein! Ja, ich hab gewonnen! Leute, ich hab gewonnen! Ich hab 5 Coins! Ich hab 135 Coins, ich kann mir das Pack holen. Ich hab 30. Hammer. Ja, gut, Leute. Ey, kann man nur mit dir wie ein Pico. Das hat voll geleckt am Ende. Voll scheiße. Naja. Kann man nix machen. Ja, gut, Leute, dann sag ich, ich habe 6 Kills, Junge. Ich bin gekillt, ey. So, Dominik, ich würd sagen, dann verabschieden wir uns, ne? Ja. Alles klar. Ja! Oh, Leute! Oh, oder was? Oh, Mensch! Ja, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ja? Und kommentiert, abonniert, liked und ja. Dann bis zum nächsten Video, Leute. Ciao! So, fertig? Willst du nicht Tschüss sagen? Ich hab Ciao gesagt. Hast du nicht? Klar, ich hab Ciao gesagt. Hab das nicht drin. Okay, Leute, ciao. Das steht's ab. Ja, okay.